das 24 türchen völlig außer atem kommt unser renntier sonnenstrahl vom geschenke verteilen zurück es ist geschafft es ist weihnachten und alle geschenke liegen unter den weihnachtsbäumen alle kinder die dieses jahr artig waren sind dabei ihre geschenke auszupacken sonnenstrahl ist richtig erleichtert dass alles funktioniert hat er macht sich auf den weg in die große halle denn auch der weihnachtsmann die weihnachtsfrau die weihnachtswichtel und alle renntiere feiern heute zusammen weihnachten sie sind eine große familie da sonnenstrahl dieses jahr überall mitgeholfen hat fragt er sich wo eigentlich die geschenke für die weihnachtswichtel und die renntiere herkommen immerhin hatten alle so viel zu tun dass gar keiner zeit hatte sich um die geschenke für die nordpolbewohner zu kümmern neugierig trabt sonnenstrahl los doch keiner der weihnachtswichtel und renntiere weiß eine antwort auf die frage sonnenstrahl nimmt seinen ganzen mut zusammen und fragt den weihnachtsmann persönlich der schmunzelt nur und sagt er solle mal seine frau fragen die frau vom weihnachtsmann fängt an herzhaft zu lachen als sonnenstrahl sie danach fragt sonnenstrahl ist der erste der sich darüber jemals gedanken gemacht hat und dann erzählt die sonnenstrahl das große geheimnis das geheimnis das sonst keiner kennt die frau vom weihnachtsmann kümmert sich um die geschenke für alle weihnachtswichtel und renntiere sonnenstrahl ist so begeistert davon dass er die weihnachtsfrau darum bittet ihr nächstes jahr helfen zu dürfen er möchte den anderen gerne etwas gutes tun da auch die weihnachtswichtel und renntiere ihm dieses jahr so viel geholfen haben grundsätzlich wird die frau vom weihnachtsmann